der weg bis hierhin war ja gar nicht mal so schwer und wir sind auch schon am missionsziel angelangt nämlich harlocks schiff und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert denn wir haben wieder zwei jutex die sich gegenseitig abdecken plus eine patrouille plus ein prognostikar jede menge arbeit für diese folge und da heiße ich euch herzlich willkommen hier zu einer neuen episode shadow gambit auf dem kanal alles furchtbar kommentiert mit mir den daniel so wir müssen tatsächlich mal gucken wie wir hier die drei da lassen die sich ablenken solange der kommissar dabei ist sondern eben nicht gibt es da andere wege dahin sieht man nicht so aus als wenn man da noch mal irgendwie oben aufs schiff drauf kommt von der anderen seite dass wir haben nur diese zwei möglichkeiten naja moment wir hätten eventuell geil hier irgendwo was hinschießen könnte müssten wir jetzt außerdem allerdings außenrum kommen gut das wäre aber denke ich eine machbare geschichte das wäre eine machbare geschichte ich wollte mal gucken ob ich hier direkt rüber kommen mhm also ich müsste hoch wie schaut es denn bei denen aus wie decken die sich denn ab ich glaube da haben wir relativ viel zeit um den wegzumachen durch die tiefen kein rückzieher was ich nehme maß wenn da irgendwie hoch käme gut andererseits diese erinnerung gehört uns sehe ich da direkt auf den punkt gebracht tun also genau da bleiben nein 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 also der deckt den auch noch das heißt da haben wir ja doch noch ein bisschen was zu tun ich wusste es wird so kommen die sitzung ist eröffnet krieg ich den da hinten es geht das seil ist ziemlich lang halb so wild oder oder stets ein vergnügen das problem ist nur das problem ist jetzt nur ich weiß nicht ob wir die leiche rechtzeitig bekommen muss ich wohl gar nicht wird erledigt nein andere richtung bitte mir gefällt es schon jetzt den rückweg vielleicht schon mal wieder oder noch im rückweg besser gesagt rein machen deine seele ist frei viel spaß durch die team eine erinnerung gefangen mir gefallen diese aussichten schicken wir sie los lass dich nicht von der flamme erwischen gehen wir woanders hin hab uns mehr mit dir okay der deckt da hinten den zum beispiel auch gar nicht ab umgekehrt warum schmeißt die denn hier mehr kein rückzieher was dieser augenblick irgendwo hin wo der nicht sofort gesehen wird gehen wir woanders hin so jetzt hätten wir zumindest mal da hinten den weg frei um uns da hoch zu katapultieren ich glaube der ist auch nicht überwacht oder momentan wir speichern und dann probieren wir das einfach mal aus und solche rückendeckung zu haben ein sinnliches herz willkommen auf der andere gehen wir woanders hin oh das ist aber auch kein problem weil der guckt nämlich auch nicht wirklich weit aber die gucken uiuiui die gucken aber ziemlich weit ein bisschen in die ecke legen ich hoffe dass da niemand jetzt nervös wird und da in die ecke guckt das würde meinen plan ein bisschen vereiteln die kanone ist stärker als das schwert so sicher wie die stürme ach komm ich fass auch auf keine sorge tot sind wir ja ehrlich das ist ein miniaturschiff in peru magnifique denn wer war das bon choix oh oh da kommt was interessiert aber niemanden ja äh ne besser ich lass den oben hier okay gut war ja sogar ganz gut dass der jetzt hochgegangen ist decken die sich oben ab ne das problem ist nur wenn ich da ist das ist mein sniper schuss dafür einsatz muss ich ja erstmal wieder da hochkommen um mir die munition zu holen ändere meine position soll der eigentlich dann auch möglich sein das war zu laut oh ist die speicherung wieder weg kein rückzieher was wir sind hier alle halsabschneider wir probieren es mal wir probieren es mal jetzt vielleicht ein bisschen leiser das interessiert ja auch nicht okay ähm besser wir lassen den da oben ich kann sehen ich kann sehen wohin das führt eingereicht zur revision wo der wind weht fliegen kanonen kugeln ich mag weitschüsse am ende kriegt es uns alle also die drei werden noch irgendwie eine ziemliche herausforderung weil die prognostika muss ich auch noch irgendeine wegbekommen andererseits die gucken ja allesamt nicht wirklich also wenn die hier sind könnte ich denen eine schöne falle stellen beruhigender wäre es allerdings wenn ich die hinten da noch weg hätte oh das sind sogar noch zwei da ist oben noch einer der wird aber nicht überwacht doch die gucken da manchmal also mir gefallen diese aussichten gehen wir woanders hin plötzlich so stehen das nichts durch die flamme wird euch schon eine erinnerung so wenn wir den noch ausschalten haben wir danach glaube ich ziemlich freie bahn oh moment mal ja gut dass ich das noch gesehen hatte kommen die noch rechtzeitig hoch ein schlag auf die finger da kommt die nicht mal hin mit dem schüsschen guten freunden gibt man doch ein schüsschen oder zwei oder drei verschaffen wir uns eine bessere übersicht warum ist da ein miniaturschiff in perfektem zustand mitten auf dem unheilsriff ein zeugnis der vergangenheit was bringt für mich dabei heraus das wäre doch eigentlich wieder eher was für die geile wenn ich die hier noch durchbekomme mitbekommen zu befehl ich krieg dich ich krieg dich ich krieg dich ich bin das wäre ich bin auf jeden Fall ich habe Fragen wir nicht um Erlaubnis Glaubt ja nicht, dass wir euch dem Leidenfeuer entziehen können Am Ende gibt es uns schwer dem Krach zu widerstehen Ich mag Weitschüsse Klappt das? Klappt Okay, so, jetzt haben wir da ein bisschen Jetzt haben wir hier schön viel Spielraum Wir wollten das allerdings außerhalb des Prognostikars machen Also so wie gedacht eigentlich da hinten Genau, da wurde dann halt die Runde laufen Kann ich von da oben runterspringen? Geht das? Das könnte funktionieren Kann ich denn auch nicht alle dann da Runde hüpfen lassen? Okay Ich sehe zu niemandem auf Bei ihr geht das nicht? Das funktioniert so nicht Also Das funktioniert so nicht Können es trotzdem mal probieren Mal schauen wie schnell wir da runterkommen Ach tatsächlich, hat funktioniert Na, nehmt ihr doch da rein Also Und dann haben wir doch jetzt hier freie Fahrt für den Prognostiker Ich vermisse die Wellen unter meinen Füßen Warum pulsiert hier eigentlich was am Boden? Ist der nur K.O.? Ach, der ist nur K.O., ne? Wieder in die Bresche Ich trotze dem Sturm Das Urteil ist klar Die Gelegenheit ruft Jetzt ist er doch eigentlich hier weg Hier und ist das Schiff Ich glaube, das ist nicht mehr von Belang hier Diese Erinnerung gehört uns Das sollte reichen Hoppla, Vorsicht Moment Ist dieses kleine Schiff denn wirklich die Sunken Sally? Sehen wir so aus, als seien wir gesunken? Ha, vielleicht wäre Schrumpf Sally passender Ha, ist ein Scherzgeks, was? Das Schiff heißt Sally Einfach nur Sally Die Inquisition hat uns erwischt, als wir den Laden hier geplündert haben Verstehe Habt ihr denn schon was Gutes gefunden? Ei Einen schönen kleinen Edelstein Reich an Seelenenergie Allerdings nichts wert, solange wir hier gefangen sind Wärt ihr vielleicht bereit, euch wieder von dem Steinchen zu trennen Wenn wir euch zurück auf hohe See bringen? Wir haben nicht wirklich eine Wahl, oder? Was meint ihr, Männer? Ah Tja, besser wird's nicht Bringt uns ins leichte Wasser neben dem Lager Dann gehört der Edelstein euch Okay, tage das Schiff zum Pier Wie viel Zeit ist verstrichen? Ja, ja Zeit zum Speichern Ich hab's verstanden Ich weiß die Hilfe zu schätzen Wo ist das jetzt wieder? Das ist hier hinten Na dann Dann ist es aber Also entweder wurden die miniaturisiert, oder Das sind sehr kleine Zwerge Legen wir los, ja? Oh, so macht man das Ah, gut, endlich wieder auf See zu sein Nun, was unseren Luhn angeht Ja, jetzt macht ihr mal nicht gleich das Deck nass Hier Sehr verbunden Und jetzt, Männer Macht die Sally bereits zum Segel setzen Ah Und da schwimmen sie davon Können die da Okay Okay, gut Die segeln auch bergauf Immer nach vorne schauen Na, hätten wir eine Mission geschafft Witzel des Lebens Achja Mit jedem Chromitglied 5 Mission abgeschlossen Was war das? Achso, mit dem Blinzeln Äh, E4 Oh kapacke Ja Statistiken Lass mich mal so stehen Und dann gehen wir wieder ab zurück Auf unser Bötchen Auf unser Shiphub Schon wieder den Kopf der Dingens hier Wir können aber Erstmal, wir können Upgrades freischalten Schauen wir doch mal, was wir an Upgrade haben So, wir könnten die heulende Muschel freischalten Aber die heben sie nicht auf Das wäre ja gut Das wäre ja gut Weil dann tragen die da nicht weg Das ist glaube ich Ja Machen wir doch so Nehmen wir einfach gleich mal das hier Ja, wobei sich die Arbeit nicht von selbst erledigt Dann Kopf des Kapitäns Und wir brauchen eine Crew-Geschichte Jetzt gucken wir mal Also John und GL müssten fertig sein Toya auch Die von Quentin Das könnte eine interessante werden Oder eine lustige Ich mit elf Jahren Die war doch jetzt gerade eben noch oben da Bei der Wo ist die mir jetzt hin? Kein Blick zurück Da hinten hockt die Also abgemacht Könntest du mir einen Augenblick Deiner kostbaren Zeit schenken? Aber sicher doch, Quentin Schon über mein Angebot nachgedacht? Angebot? Was für ein Angebot? Als du mich zurückgebracht hast Da habe ich mich für den Säbel da interessiert Der dir zwischen den Rippen steckt Ich würde dich fürstlich entlohnen Im Ernst? Der Säbel da ist nicht zu verkaufen Ah Wenn mich mein Vater eine Sache gelehrt hat Dann dies Ist etwas nicht zu verkaufen So kann man es immer noch eintauschen Wenn sich dieses Gespräch Nicht noch in eine andere Richtung entwickelt Muss ich wohl noch woanders hin Bis Moment, Moment, Moment Und was ist mit deinem Hut? Der ist dir doch sicher nicht so heilig Wie dieser Säbel, oder? Nein, natürlich nicht, aber Genau das hatte ich mir schon gedacht Weißt du, ich hab hier ein prächtiges Seil Das du gerne... Hä? Oh, wie... Moment Einige meiner Flüche fehlen Verdammt! Wenn... Oh nein! Auch weg! Flüche? Willst du damit etwa sagen? Das Seil war verflucht? Ah, sind wir das nicht alle? Leider habe ich keine Zeit, um das zu... Klären Hm, vielleicht hat sich eines der Skelette meine Sachen unter den Nagel gerissen Keine Ahnung, wie das gehen sollte, aber kann ja nicht schaden, das mal zu überprüfen Hm, vielleicht behält sich ja eins von denen verdächtig Sprich mit dem verhedderten Skelett, aha Ich kann das Gold schon riechen Aha, was die alles machen hier für ein Unfug auf dem Schiff Wenn man mal nicht da ist, oder die Crew mal zwischenzeitlich ausgeschaltet ist Verknutet Ah, ja Das ist ein tückisches Seilchen Es ist herrlich verziert Neigt aber dazu, seinen Besitzer einzuwickeln Gut, dass ich das jetzt wieder zurück habe Aber etwas anderes liegt mir noch mehr am Herzen Also, werter Skelettfreund Wo hast du das her? Seil Ich muss wohl Marley fragen, wenn ich mehr wissen will Sprich mit der Marley Die ist ja zum Glück auch nicht weit weg Marley Quentin Was willst du mir denn diesmal abschwachen? Nein, 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 nichts, nichts Für den Augenblick bin ich zufrieden mit dem, was ich habe Zumindest theoretisch Weißt du, einige meiner Besitztümer sind mir leider aus meiner Truhe abhandengekommen Sind jene Besitztümer rein zufällig verflucht und oder extrem gefährlich? Weißt du, ich würde ja behaupten, dass das vor allem davon abhängt, wer sie gerade hat Also, ja Ja, in beiderlei Hinsicht Eines der Skelette ist bereits von einem besonders heimtückischen Seil aus meinem Besitz eingewickelt worden Glaubst du, die könnten meine Truhe aufgebrochen haben? Nein, ich hätte es gemerkt, wenn sie sich das zusammen in den Kopf gesetzt hätten Ja, gewöhnliche Knochenhaufen könnten meine Truhe eh nicht aufmachen Ich werde meine Fühler nach diesen Gegenständen ausstrecken Schau später wieder bei mir vorbei Werde ich Danke, Marley Tja, für den Moment kann ich nicht viel machen Hoffen wir mal, dass die Marley etwas findet, bevor der Schaden noch größer wird Okay Dann werden wir jetzt mal mit dem Schädel sprechen Mal schauen, was die Ignacia mit uns zu bereden hat Bist du immer noch da, Inquisitorin? Nicht mehr lange, denke ich Die Seele des Schiffs hat sich für den Moment zurückgezogen Ich habe Fragen, Frau Navigatorin Ich kenne jedes verfluchte Mitglied dieser Crew Du bist neu Und ich habe dabei geholfen, die Marley aus deinen Clown zu befreien So dreist Du stolperst da in eine Sache, die schon seit Jahren im Gang ist Nur um deine letzte Minute für Chaos zu sorgen Reg dich nicht so auf Das kannst du noch früh genug, wenn wir mit dem Schatz davon segeln Ganz schön selbstbewusst für jemanden, der offensichtlich keine Ahnung vom wahren Wesen des Schatzes hat Hat mich nie interessiert Ich vertraue der Marley Lüge Du hegst bereits einen Verdacht Ich sehe es in deiner Leichenfresse Ich finde, ich habe mich für heute genug beleidigen lassen Was darf's sein, Frau Navigatorin? Wirst du dich erheben, um dich deinem Schicksal zu stellen? Oder wirst du weiter nur blind um dich schlagen? Die Verfluchten nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand In der Hinsicht könnten wir beide nicht unterschiedlicher sein Signora Ach gut Ich brauche gerade ein wenig Zerstreuung Ach, der ist auch wieder da Der hockt jetzt wieder vorne auf dem Mast, oder? Natürlich hockt er da wieder vorne Wollen wir denn hinweisen? Gab es nicht eine Abkürzung? Ah ja, sie nimmt sie sowieso Jetzt wird das was Ah, Signora Ich muss schon sagen Du hast da einen recht ungewöhnlichen Gast Reden wir nicht von der Wie wär's denn mit noch einer Expedition in die Tiefen des Schiffs? Heute scheinst du ja richtig motiviert zu sein Mich nervt so langsam die Geheimniskrämerei rund um diesen Schatz Du weißt nicht zufällig, wo ein paar hilfreiche Erinnerungen zu finden wären? Du musst mich einfach nur fragen, Signora Hm, das fühlt sich anders an Wie weit geht es denn hier noch runter? Je größer das Geheimnis, desto tiefer ist es verboten Vorsicht, wir kommen in gefährliche Gewässer Selbst ich kann uns hier nicht vollständig dem Blick der Mali entziehen Geheimniskrämerei und ja, auch jede Menge Spionage könnte man sagen Ich würde sagen, damit machen wir auch beim nächsten Mal weiter Für heute soll es genug sein Wir haben wieder eine Mission erfolgreich abgeschlossen Die Hälfte der Rezeptur für ein neues Crewmitglied haben wir auch abgeholt Beim nächsten Mal starten wir vielleicht eine Mission Wo wir dann die zweite Hälfte uns abholen können In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was Ich bin nochmal wieder AFK Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder